Hallo und herzlich willkommen bei MakeFinance. Im heutigen Video stelle ich euch drei günstige Dividendenaktien für einen Kauf im November 2022 vor. Alle drei Unternehmen kommen aus den USA und sie kommen aus unterschiedlichen Branchen. Zudem bezahlen sie seit mehreren Jahren eine Dividende. Und nun viel Spaß dir beim Video. Was ist das erste Unternehmen? Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 17,5, etwas unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 22. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit 2,3, ebenfalls etwas unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 2,6. Das durchschnittliche Gewinnwachstum auf die letzten 10 Jahre liegt bei jährlich 14,9% und das Umsatzwachstum der letzten 10 Jahre liegt im Durchschnitt bei 7,5% pro Jahr. Die Dividendenrendite liegt bei 2,1%, wurde seit 36 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free-Cash-Lob von 42,1%. Die Zahlung der Dividende erfolgt viermal im Jahr und das Unternehmen kommt aus den USA und aus der Branche Industrie und hier im Bereich Maschinen. Der Trader Fox Qualitätsscore kommt auf 12 Punkte, der Dividendenscore erreicht 13 Punkte und der Wachstumsscore kommt auf 8 Punkte. Das hier vorgestellte Unternehmen ist A.O.Smith. A.O.Smith wurde 1874 gegründet und hatte früher auch mal Autos hergestellt. Die Fokussierung heute ist allerdings auf Warmwasserbehälter, Wasserfiltersysteme und Luftreinigungsprodukte. A.O.Smith ist dadurch auch in vielen Wasser-ETFs vertreten. Im Konzern sind mehrere Marken vorhanden, natürlich A.O.Smith als Hauptmarke, aber auch Clean Water Testing, Takagi, State Water Heating, WaterRide oder auch Evolve, was zum Beispiel für mich zu Hause mein Wasserfilter ist. 70,9% des Umsatzes werden in Nordamerika erzielt und 29,1% in der restlichen Welt. Das Unternehmen hat 13.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die zweite Aktie, die ich euch mitgebracht habe, hat ein Duopol und verdient mit jeder Kreditkartenzahlung Geld. Auch hier der Blick aufs Jahreschart zeigt, dass wir in einem Abwärtstrend sind und zuletzt die Trendlinie angelaufen sind. Aber da wir derzeit in der Stochastik in der Mitte, seht ihr das, in einem übergekauften Bereich sind, gehe ich davon aus, dass wir davon abprallen und die nächsten Tage wieder zurücklaufen. Und da habt ihr noch genug Zeit, euch die Aktie jetzt ausführlich anzuschauen und zu überlegen, ob ihr hier dann einsteigt. Anlegerinnen und Anleger erzielten mit dieser Aktie einen Verlust von 4,5% auf Jahressicht. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 537,2 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 27,4, etwas unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 28,4. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegen wir etwas drüber mit 17,9 im Vergleich zu 14,1 auf 10-Jahress-Sicht. Das durchschnittliche Gewinnwachstum der letzten 10 Jahre liegt mit 23,8% pro Jahr und das Umsatzwachstum der letzten 10 Jahre im Durchschnitt liegt bei 10,9% pro Jahr. Die Dividende liegt bei 0,71%, wurde seit 13 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf dem Free Cashflow von 21,4%, sodass es auch noch Luft nach oben ist. Die Zahlung der Dividende erfolgt viermal im Jahr und auch das Unternehmen kommt aus den USA und kommt aus dem Bereich Finanzen und dort wird es als Bank angesehen. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf 13 Punkte, der Dividendenscore erreicht sogar 14 Punkte und der Wachstumsscore kommt derzeit auf 7 Punkte. Das hier vorgestellte Unternehmen haben sicherlich viele schon erraten. Es ist Visa. Visa wurde 1958 von D-Hook gegründet. Visa bietet Kreditkarten, Debitkarten, Prepaid-Produkte, kommerzielle Zahlungslösungen und weltweite Geldautomaten an. Durch das Netzwerk und die hohe Zahl der Akzeptanzstellen, ja das sind weltweit sogar über 80 Millionen, hat Visa zusammen mit Mastercard hier ein klares Duopol in dem Zahlungsmarkt. Visa hat insgesamt 3,9 Milliarden Karten ausgegeben. Weltweit arbeiten bei dem Konzern über 21.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als nächstes kommen wir zu einem Unternehmen aus der zweiten Reihe für Haushalts- und Pflegeprodukte. Auch hier der Blick aufs Jahreschart zeigt, dass wir in einem Abwärtstrend sind und zuletzt aber der Kurs sich erholt hat und wir in der Stochastik auch wieder in einem übergekauften Bereich sind, sodass da auch die Aktien wahrscheinlich demnächst wieder etwas fallen werden. Anlegerinnen und Anleger erzielten auf Jahressicht mit der Aktie einen Verlust von minus 9,2%. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf 18,7 Milliarden Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell liegt bei 25,6 und somit leicht unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 26,2. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt derzeit mit 3,5, ebenfalls leicht unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 3,6. Das durchschnittliche Gewinnwachstum der letzten 10 Jahre liegt mit 10,4% pro Jahr und das Umsatzwachstum im Durchschnitt der letzten 10 Jahre kommt auf 6,5% pro Jahr. Die Dividende liegt bei 1,37%, wurde seit 31 Jahren nicht gesenkt, das bei einem Payout auf den Free Cashflow von 30,3%. Gezahlt wird die Dividende viermal im Jahr und das Unternehmen kommt aus den USA und dort aus dem Bereich des unzyklischen Konsums und der Haushaltsprodukte. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf 13 Punkte, der Dividendenscore erreicht 14 Punkte und der Wachstumscore kommt auf 6 Punkte. Das hier vorgestellte Unternehmen ist Church & Dwight. Church & Dwight wurde 1846 von Dwight, John und Austin Church gegründet. 82,4% des Umsatzes wird in den USA erzielt, gefolgt von Europa mit 5,8% und jeweils 4,6% im internationalen Bereich und Kanada. 1,4% macht Australien noch aus und 1,2% des Umsatzes kommt aus Mexiko. Viele Marken sind unter Church & Dwight vereinigt. Im Homecare-Bereich vielleicht Kaboom oder auch im Personalcare-Bereich kennt man vielleicht Waterpik und Spinbrush. Weltweit arbeiten bei Church & Dwight 5100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert, mir gerne einen Daumen nach oben dalasst und mir eure Meinung zu den vorgestellten Aktien unter das Video schreibt. Teilt das Video gerne auch mit euren Freundinnen und Freunden. Vielen Dank dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Risikohinweis. Das Video stellt lediglich die Meinung des Autos dar und ist somit keine Empfehlung, keine Anlagenberatung und auch keine Steuerberatung. Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht.